Was geht ab ihr Zocker? Heute spielen wir wieder eine weitere Runde Chivalry 2 und wir spielen wieder eine... Ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde, das zu sagen. Deathmatch. Ja und jeder, der mich kennt, weiß, Deathmatch ist so eine zusammengewürfelte Scheiße, muss man manchmal einfach sagen. Das ist so krass. So, heute möchte ich mich mal mit dem Vorschlaghammer durch. So, und Hammer! Oh Gott, was war das denn? Junge! Uh! Ich spawn direkt tot. So viel zu mit dem Hammer durchkommen, ne? Der hat einfach seinen Kopf verloren, wie geil ist das denn? Okay, hauen wir den AFK-Boss hier. So, Statement-Boss, bist du mal weg. Oh, der ist auch auf der Tribüne. Au. So, Hammer. Ah! Der gute Hardy, der ist tot. So, und jetzt. Seht's. Er hat's geblockt. Au, mein Helm. Kuss auf die Nuss, hä? Nur die etwas andere Liebe. Oh, seht mich an. Ich bin tot und böse. Ich bin tot und böse. Oh, ach, halt die Fresse. Oh, wo ist mein Hammer? Wo ist mein Hammer? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh. Ha! Das macht man nicht, Junge. Misch dich hier nicht ein. Ey, der Hammer ist so geil. Der ist übrigens so ein Geheimtipp von Nancy gewesen. Aber Tim, spiel mal den Hammer. Der ist cool. Ich muss sagen, der macht schon Bock. So dieses plupfe Geräusch, ey. Loser. So viel ist das aber einfach so. Einfach tot. Ha! Komm her! Ah! Junge, ich hab nicht mal so eine fette Rüstung. Und dann tun mir nicht mal die Hände weh. Oh, die Schlacht von Wardenglade. Ein Deathmatch auf offenem Feld. Ach, Junge, Alter. Seh ich so aus, als hab ich da jetzt Bock drauf. Das ist meine Meinung dazu. Bla, bla, halt's Maul. Ich trink mir einen Schluck Pepsi. Zieh dich lieber zurück. Das wäre gesünder für dich. Ich glaub das nicht. Ich hab jetzt gerade gegen einen R2-Spammer verloren. Ich hasse sowas wie die Pest, ne? Ey, das... Das ist nicht dein Ernst, oder? Hä? Ey, ich raste gleich aus hier! Uh! Was ist mit dem Hammer los, Mann? Jetzt krieg ich auf der Runde noch mehr auf die Fresse. Das ist doch... Echt, ich... Ich werd dich jetzt gleich sowas von platt machen. Hier ist so ein AFK-Fisch. Weg! Weg! Das ist schon traurig, wenn man nur AFK-Tümen platt machen kann. Ist das jetzt dein Ernst? Uh! Boah, ich schwöre euch, ne? Das triggert einen so hart, ne? Guck mal, die machen alle nur dasselbe. Seht ihr das? R2, R2, R2. Das ist so behindert. Es ist... Entschuldigung, dass man sowas sagt. Aber es ist einfach so. Ich kann doch nicht nur das machen. Wow! Der fliegt einfach. Zwölf Uhr, Mieternachs. Oh, ich hab mich jetzt auf jeden Fall beruhigt. Ihr wollt gar nicht wissen, was ich gerade fast weggeschmissen hätte. So, weg mit dir. Warum nicht gleich so? Manchmal muss man sich nur aufregen. Dann geht's doch. So, der ist jetzt weg. Du bist doch so ein... Echt, du bist so eine... Junge, Junge, den hole ich mir. Verpiss dich, du Speerkämpfer. Der gehört mir. Warum ist... Ja, Mann, Alter. Es ist so dreckig einfach. Ey, ohne Scheiß, ne? Ich hatte eben noch gute Laune. Jetzt wird's dir richtig beschissen gerade. Scheiß ernst, hau ab. So. Was hältst du eigentlich aus, du Mülltonne? So, jetzt der Nächste. Danke. Nächster. Weg. Kill 1.000 Enemies. So aus Wut. So, einmal heilen. Da kommst du nicht weit mit mir, Junge. Und der andere tötet mich. Der andere tötet mich einfach. Eine abgedragene Schuld an der Gesellschaft später. Der Kampfplatz. Eine mit vollen gefühlten lokalen Tuffmatcherin. Ja, hat's Pech gehabt, Mann. Halt die Fresse, du Huren... So, dann wollen wir mal. Oh, no. Warum hab ich denn jetzt eine Schaufel in der Hand? Heute bin ich echt alles irgendwie gefühlt. Ah, ha, 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 ha. Killer Schaufel. So, danke. Kann ich jetzt meine Klasse ändern? Okay. Ist gut. Oh, fuck. Ey, das war meiner. Staub dir gefäxt. So, danke. Ah, ha, ha. Weg mit dir. Hammer. Au. Ah, nein. Fuck. Wollte ich wohl Gebäude sanieren, Bruder. Fuck, Mann. So, rasiert. So, dann wollen wir mal weiterlegen. Hier wird mich nicht geilt. Oh, fuck, hat er doch gemacht. Alter, wo ist meine Waffe hin? Oh, Mann. Ob das wohl gut geht? Toll, jetzt mein Hammer weg. Ich muss mich halt ein bisschen improvisieren, hä? Oh. Habe ich dich. Der Marvin Penman. Was für ein Name. Ach, komm her. Wie es wusste. Habe ich dich sowas von gehört? Finte. Oh, fuck. Wieder von hinten. Schon wieder meine Waffe weg. Was ist denn los mit euch, Mann? Ja, ich muss sagen, der Hammer ist schon richtig geil. Also, der, der, den Tipp, den man dann sie da gegeben hat, der war schon nicht schlecht. Ja, und dann war alle weg. Verpiss dich einfach, Mann. Überkopf. Ah, ist ausgeglichen, ne? Was? Der ist, ich bin in der Armbus reingelaufen. Ey, echt. Ich hasse Deathmatch so, ne? Ich hasse Deathmatch. Warum spiele ich es überhaupt? Was? Ist das wahr? Ja. Der ist einfach, der, der brennt einfach. Okay, Vorteil. Tschüss, John. Verflucht seid ihr? Er denkt, ich bin blind, oder was? Ach, ich hasse es, dieses Schräg rumlaufen, Mann. Wie ich es wusste, dass hinter mir einer ist. Verpisst euch doch mal! So, danke. Ah, so hab ich euch. Jetzt wird hier saniert. Oder auch nicht. Alter. Weg mit dir. Clock. Ich, aber ich muss sagen, wir haben alles trotzdem geil. Oh, was? Wo ist meine Waffe? Der hat sich selbst reingehaut. Wow. Danke. Nehmen wir mal noch mit. Ey, troll ich den gerade, oder was? Falcon Punch! Oh, Junge, ich muss mich mit dem Knochen verteidigen. Es ist doch einfach bekloppt. Was haben wir denn hier? Oh, der Axt. Habe ich dich. Jetzt läuft es nicht mehr so gut, hä? Alles ist im Deathmatch erlaubt, Bruder. Wieder einer weg. Ups, das hat wohl nicht funktioniert. Ich muss schon sagen, ist schon cool gemacht. Aber warum ist denn der als erster mit 35 gewinnt? Der eine hat schon 39. Alter, hat der viele Assist-Kills, oder was? Da finde ich das aber dumm. Aber ich muss sagen, so ein Schwert macht mich schon... Der Hammer ist zwar lustig. Na, wäre gelogen, wenn ich sage, der macht keinen Spaß. Aber... Verpiss dich, Mann. Ich will gerade was am Erklären. Danke. Oh, du hast wieder den Kopf geflogen. So, aber er ist auch cool. Er macht damage. Macht Spaß zu spielen. Wäre gelogen, wenn nicht. Junge, ich hasse das so, wenn die Leute gegen einen kämpfen. Und dann gehen die zu einem anderen hin. Und dann spawnen die auch noch so nach. Och, nein. Hat er gut gemacht. Nee, aber ich muss sagen, so ein Bogen ist einfach geil. Äh, Bogen, danke schon. Der Hammer macht schon Spaß. Also, der Dansi hat mir ja gesagt, spiel den mal. Ist voll lustig. Ich hab den freigeschaltet. Ich will mich jetzt gerade verarschen. So, weg mit dir. Weg mit euch. Ah! Oh, fuck. Au, kannst du nicht warten. Da. Da. Tschüss. Ah. Hm. So, weg mit dir. Weg mit dir. Hm. Noch einer. So. Aber wenn man einmal einen Lauf hat in dem Game, dann läuft es ja auch. Ja, sehr schlau, ne? Wenn man einmal einen Lauf hat in dem Game, dann läuft es. Wer hätte das gedacht? Hahaha. Weisheiten mit Flays, Alter. Das ist echt geil. Ja, mit der Weisheit beenden wir auf jeden Fall jetzt das Video. Ihr könnt gerne abonnieren für weiteren Gaming-Stuff. Jetzt gibt es noch zwei weitere Videos, die euch vorgeschlagen werden mit cooler Rockmusik. Ich sage da jetzt noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken. Guys. Tschüss. Darst du los. Untertitelung des ZDF, 2020